Kürzlich hat die Porzellanmanufaktur Meißner eine pfiffige Aktion gestartet. Besucher konnten sich von einem Tätowierer das offizielle Logo der Meißner Porzellanmanufaktur dauerhaft auf die Haut aufbringen lassen. Einer der ersten, der sich tätowieren hat lassen, war auch gleich der Manufakturchef Tilman Blaschke. Jetzt stellt sich die Frage, verletzt du möglicherweise mit so einem Tattoo fremde Markenrechte? Eine Markenverletzung kommt dir nur dann in Betracht, wenn du eine fremde Marke markenmäßig benutzt und dadurch es zur Verwechslungsgefahr kommt. Eine markenmäßige Benutzung setzt voraus, dass du die Marke zur Kennzeichnung von Waren und Dienstleistungen benutzt. Wenn du aber ein Tattoo auf der Haut hast, dann benutzt du die Marke natürlich nicht zur Kennzeichnung von irgendwelchen Leistungen. Du benutzt diese Marke eben nicht auf dem Markt und insofern hast du auch kein Problem mit der Benutzung. Vorsicht, bei Grafiken oder Bildern, die urheberrechtlich geschützt sind, da würde ich aufpassen, würde ich mir nicht auf die Haut aufbringen lassen. Denn wenn du damit dann öffentlich rumläufst oder sie sogar fotografierst und sie im Internet landen, dann ist das eine öffentliche Wiedergabe. Und da kommst du in Schwierigkeiten. Allerdings habe ich noch nie den Fall erlebt oder mitbekommen, dass ein Urheber tatsächlich vollstreckt, dass sich jemand ein Tattoo entfernen oder übertätowieren lassen muss.